Gedanken beherrschen die Welt. Und sie? Jeder Gedanke ist schöpferisch. Das hat die Quantenphysik bewiesen. Werner Heisenberg, Nils Bohr und andere geniale Forscher haben der Menschheit gezeigt, dass sie mit ihren Beobachtungen und Erwartungen die materielle Welt genauso erschafft, wie sie es erwartet oder eben befürchtet. Lassen Sie sich daher nicht von Ihren Ängsten und Furchtattacken besiegen. Lernen Sie die Kunst, Ihre eigenen Gedanken beherrschen zu können. Denn wenn Sie Ihre Gedanken beherrschen, dann beherrschen Sie nicht nur sich selbst. Wenn Sie Ihre Gedanken beherrschen, beherrschen Sie auch andere und die ganze Welt. Mental Force, dieses Geniale auf dem deutschen Buch macht einzigartige Ratgeber, wird Ihnen zeigen, dass es im Prinzip einfacher ist, Ihre eigenen Gedanken beherrschen zu können. Diese Zahlen machen Sie zum Herrn oder zum Herrn Ihres eigenen Lebens und Ihres eigenen Schicksals. Wie wichtig es ist, Ihre eigenen Gedanken beherrschen zu können, weiß der Volksmund schon lange. Jeder ist seines Glückes Schmied. Kennen Sie das? Es sagt nichts anderes aus. Es kommt nicht darauf an, ob Sie das, was Ihnen das Leben Tag für Tag beschert oder gar zumutet, als Glücksfall oder Unglück bewertet. Es kommt darauf an, was Sie aus diesem Schicksal machen. Und das wiederum ist einzig und alleine das Resultat der Kunst, die eigenen Gedanken beherrschen und jederzeit das Positive im Negativen erkennen zu können. Mental Force wird Ihr gesamtes Leben umkrempeln. Die mentalen Weichen, die in Ihrem Inneren jetzt noch auf Misserfolg, Armut und Ohrmacht ausgerichtet sind, werden Sie umstellen. Konsequent. Resultat, da Sie Ihre Gedanken beherrschen, werden Sie automatisch Reichtum, Macht und Erfolg in Ihr Leben ziehen. Und das in jeder Beziehung. Wenn Sie erst Ihre Gedanken beherrschen, werden Sie zu unglaublichen Denkleistungen in der Lage sein. Sie werden schnell und effizient Entscheidungen treffen. Und es gibt dann keine Herausforderungen mehr, die Sie nicht rasch und effektiv lösen könnten. Überdies werden Sie zu einer charismatischen Führungspersönlichkeit, der man ansieht, dass Sie Ihre Gedanken beherrschen und Ihre Umwelt im Griff haben. Dann kann Burnout, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit werden in Ihrem Leben keinerlei Chancen an. Und Sie werden nicht länger darauf warten, dass das Glück zu Ihnen kommt? Nein, Sie werden es sein, der aktiv auf sein Glück zugeht. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunain.de Im YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos ist der direkte Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.